Hi, mein Name ist Julian Hanses und ich bin der diesjährige Champion in der GT-Sprint-Serie in der Klasse GT3. Die GT-Sprint-Rennen waren auf jeden Fall immer eine Herausforderung, gerade am Nürburgring. Erstmal das Rennen vor zwei, drei Monaten, wo ich mit Matschewitz gekämpft habe. Das war auch das ganze Rennen, nur Verteidigen, Kampf. Und hier genau wieder das Gleiche, also der Druck war immer in den Sprint-Rennen enorm, aber ich habe es absolut geliebt. Und ja, alle Rennen im Sprint gewonnen außer eins, das denke ich auch, sehr erfolgreich. Ich bin Leo Bichtler und ich bin der neue GT-Serie-Sprint-GT4-Champion. Es freut mich mega, dass es funktioniert hat mit dem Meistertitel. Und danke auch an das Team Rasun Modern Racing, die das Auto immer perfekt vorbereitet haben.